Guten Morgen und guten Abend. Guten Morgen und guten Morgen. Guten Morgen, ich bin jetzt wieder Kostas Supermarkidis. Ich bin heute auf dem Weg zu dem alten Theater des Griechischen Landes. Das Griechische Land ist ein großes Theater in Hälfte. Es gibt die Ekklesia, Aionoro, das System, die Germanen, die Vorologie, etc. Wir haben das Griechische System, ist die Kirche, ist die mächtige Kirche in der große Klinik. Und die Kirche ist die große Baumeister von den großen Monastieren. Ich muss verstehen, dass die Kirche die älteste Menschen der ganzen Welt zusammengebracht hat. Und gekauft hat von den ganzen reichen Menschen die Grundstücke. Und deswegen hatte die Menschheit eine Chance in die Kirche zu investieren. Die Kirche ist die größte Investoren von dem ganzen griechischen Land. Und wird wieder neu aufgebaut mit dem Cashgeld Money von der Draghi Bank. Mit dem Cashgeld Money von der Europäischen Zentrale Bank. Und wird hier investiert in den Tourismus von dem griechischen Land. werden hier die Touristen mit dem grossen Vogelgeist gebracht. Die Touristen werden mit dem grossen Vogelgeist gebracht. Die Touristen in die schöne Gaiseland, auf die schöne Insel. zu bringen, die Lefte, zu bringen, die Chrosis, die Deososis. Und das ganze System funktioniert auf diesen Papieren, auf dem Cashgeld. Auf dem Cash von der Draghi von der Merkel Bank. Und es ist schwierig. 2000 Jahre nach Christus, 2022, hatte die Menschen verstanden, dass die Planitis hatte das große Problem von der Menschheit. Er hatte das größte Problem von der ganzen Menschheit. Er hatte das Menschheitsproblem. Er hatte die Krankheit Mensch. Und er hatte verstanden, die Menschheit, dass er die Planitis brauchte eine Pause. Die Alima, Theli und Planitis. Er hatte keinen mehr Lockdown, keinen mehr Corona. Da haben wir ein bisschen die Lockdown, da haben wir ein bisschen die Corona-System für die große Shutdown. Und da haben wir die große Reset gemacht. Haben wir jetzt die große Reset, die größte Reset von der Welt, haben wir gemacht, die größte Reset, haben wir gemacht in die Lockdown. Und bereiten wir jetzt vor die große Blackdown. Die große Blackdown, für die Einsparung von die Energiekosten, für die Einsparung von die Gaskosten, für die ganze Europäische Lande, für die ganze Asiatische Lande, für die ganze Kinesische Lande. Weil die Ressourcen müssen geschnitten werden. Und deswegen, das ist die Ressourcen. dass wir die Erachter aus dem Menschen hier ist anichtbar für alle uns. Wir müssen verstehen, dass das große Hotel für alle Menschen geöffnet ist. Und wir müssen verstehen, dass das Theater mit ganzen Masken geöffnet ist. Wir müssen verstehen, dass alles von der göttlichen Gatekeeper kommt. Es ist die große, die große Rolle ist, dass dieses Paarthüro, das wird anhoher. Wenn du in der Fülle bist, wird nur ein Paarthüro. Wenn du in der Fülle bist und du in der Fülle bist, hast du viele Taarthüro und du hast viele Taarthüro. Und du hast viele Taarthüro, die du anhoher kannst. Ja, haben wir gelernt, dass das Supermarkt verkauft, die Frankosika, die Frankosika, die Frankosika, die Frankosika, verkauft, die Apuntie. Und die Apuntie ist leider geworden jetzt die Frucht, die Frucht von dem Außerirdischen, von dem Mars. Weil die Menschen können nicht mehr verstehen, die Jefsi. Die Geschmack können nicht mehr kauen, weil die Zähne kaputt sind. Die alte Hippokratische Lehre muss jetzt an die Welt geteilt werden, damit die Menschheit, das ist das Leben, das ist das wichtigste, das ist das Leben. Und das ist das Leben. Also, hier in der Theater, wie Sie sehen, nicht jemanden kam, aber in der Niveau der Hippokrathie, werden wir, wie die alten Menschen, in wenigen Jahren, werden wir, wie sie, in den Pätenen, und werden wir auch die Namen in den Pätenen, weil wir etwas in den Pätenen, weil wir etwas in den Pätenen, das ist das wichtigste, und das ist das Gefühl, das ist das für die Wirklichkeit. Nach dem Skepsismus habe ich also verstanden, von der griechischen Kultur, dass die Menschen damals gesessen sind auf den Steinen und die Menschen, die Stein, haben die Buchstaben in den Stein geschrieben, weil die Exibna ja die das ist alles, was du wirst, was du wirst. Das heißt, du wirst, was du wirst, was du wirst, aber die anderen werden sie zerbinden. Vielleicht wird es etwas, was du wirst, wir schauen, ob wir uns die Fleisch bleiben, die Hüfte, die Hüfte, in Ägypten, haben wir gesehen, auch in Ägypten, dass die Gold in die pharaonischen Grabungen verloren sind und für immer dort bleiben, kommt nur der neue Mensch und die Massevi von der Pyramide, von der Pharaonide, von diesen. Und jetzt haben wir auch hier das Labyrinth des Minotavros, das Minotavros Gläbis. Wir haben jetzt auch in Griechenland die Minotaurische Herrschaft von Deutschland, von den Austerikischen Chorern gesehen, wie das Deutschland überall jetzt hat die Fora Cloud, das neue System ist an die Grenze gestoßen, haben wir gemacht die Sat-Down und fangen wir von der Tabula Rasa wieder neu an. Alle Menschen haben verstanden, okay, jetzt müssen wir arbeiten für die neue Welt. Das ist ein großartiger Plan, Scedio. Alla das Kotono-Messe-Ligo. Denn ich habe noch eine Zeit. Die Zeit leider vergeht schnell. Das Leben ist kurz. Und müssen wir verstehen, wo die Zielführung für die ganze Menschheit ist. Die Pharaonen haben verstanden, zu schreiben in die Steine. Die Pharaonen haben verstanden, zu schreiben in die Steine, weil die Schrift in die Steine bleiben für immer. Die Ägypten waren nicht dum, die Ägypten, und haben geschrieben Kamel, Mensch, Pyramide, Mensch, Kamel. Das ist etwas, wie das QR-Code ist. Das QR-Code ist der neue Kunde. Das ist das Unterricht. Damit man kann sehen, auch die Menschen in der Zukunft, kann man dann suchen und herausfinden, welche Menschen sind für die neue Planeten gemacht. Und werden wir reisen zu den anderen Planeten. Werden wir zu den Aris, werden wir zu den Fengari, werden wir in die ganze Galaxie reisen. Und werden wir verlieren unseren Verstand. Ich, Kosta Super Margitis, habe die Verstandszone verloren. Mein Name ist Kenesi. Ich bin Kosta Super Margitis, bin ich hier und ich bin auf der anderen Seite der Germanische Philanthropologie. Die Anthropologie, die Rettung für die Menschheit, für die Liebe. für die menschheit und für die nicht für die liebe von dem geld die geld kann man vergessen die geld diese nur papier die papier fliegt in die wind und diese weg ganz einfache beispiel und diese beispiel können alle menschen folgen und können wieder anfangen zu helfen wo die hilfe benötige können wieder helfen können wieder freundlicher sein können wieder weg von die ego hin zu die hin zu die neue modus von die von die planete merken die menschen haben verstanden andere menschen werden nicht verstehen ich koste supermarkt ist mein name kennenzier roberton sazon ich bin hier im Theater in der alten Schweiz und bin hier und ich bekomme das Licht und die Tür zu eröffnen und ich bekomme die Tür zu eröffnen und ich bekomme die Ja, Harapet, ja, pro sechste da Logia saß, pro sechste, die Skepsis saß, verstehen müssen die Gedanken lesen können, müssen verstehen die Zunge, was sie die Zunge sprechen kann, und müssen verstehen, dass die Planete, diese Megalo Xenodokio, ist ein großes Hotel für uns alle, in die Freundlichkeit, in die Liebe, in die Menschlichkeit, in die große ökonomische Krise von den 2000 Jahren nach Christus, 2500 Jahre nach Hippokrates, meine Lehrer Hippokrates hatte hier gearbeitet, in die Platanie von den Kephalosgos, die Katalavane, die Katalavane habe verstanden, die alten Griechen haben gewusst, wie die Welt funktioniert, haben aufgebaut die große Tempel, die große Bäder, die große Xenodokia, Asclepia, und alles ist wieder, die Erdboden gleich gemacht, und alles ist verschwunden und die neue Menschheit ist gekommen. Und das ist das Ziel, das ist das Ziel. Das ist das Ziel, das ist das Ziel. Leute, ihr wisst euch das und ihr wisst euch, und ihr wisst euch den Kostas Zubbermaquilis hier, hier, in dem Theater Megalo, und wir wünschen euch die besten, und ihr wisst euch das Ziel, und ihr wisst euch das Ziel, und ihr wisst euch! Tschüss! Kostas Zubbermaquilis